Hallo, in diesem Video stellen wir euch ein Angebot unseres Internationalen Nachhaltigkeitsclubs für jüngere Schülerinnen und Schüler vor. Mitmachen könnt ihr, wenn ihr mindestens 13 Jahre alt seid und 45 Minuten Zeit in der Woche mitbringt. Was es bedeutet, sich international für eine Nachhaltigkeit einzusetzen, lernt ihr im Junior Club Schritt für Schritt. Die älteren Schülerinnen und Schüler helfen euch dabei, internationalen Austausch kennenzulernen und eigene Kontakte aufzubauen, zum Beispiel durch Global Chats. Im Junior Club müsst ihr auch noch keine eigenen Projekte planen und umsetzen. Stattdessen erwarten euch Workshops mit Expertinnen und Experten aus dem In- und Ausland. Natürlich dürft ihr dabei kreativ werden und ganz, ganz viele eigene Ideen einbringen. In welche Richtung das in diesem Schuljahr gehen könnte, erklären wir euch im Folgenden. Das Thema für den Junior Club 2024-2025 heißt Our Climate, Our Future. Um euch über die Auswirkungen des Klimawandels zu informieren, dürft ihr an einer englischen oder deutschen Online-Academy des Worldwide Fund for Nature teilnehmen. Mit professionellen Filmemachern und Fotografen dürft ihr der Frage nachgehen, wie man heute Klimawandel für die Menschen sichtbar machen kann. Mit Biologinnen und Biologen der Schule Natur verbringt ihr außerdem einen Tag im Wald und in Tropenhäusern, um zu sehen, wie die Wälder dieser Erde mit den Veränderungen zurechtkommen. Vielleicht am deutlichsten nehmen die sehr naturverbundenen, indigenen Völker dieser Erde den Klimawandel wahr. Deshalb könnt ihr mit der Hilfe von Umweltorganisationen direkt mit Menschen aus dem Regenwald zusammenarbeiten. Und wenn ihr möchtet, geht ihr auf Reisen und berichtet anderen Nachhaltigkeitsclubs in Europa über eure Arbeit. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, meldet euch an über das Team Goethe International. Tschüss und bis bald!